Rund ein halbes Jahr nach Aufnahme ihrer Arbeit hat die unabhängige Aufarbeitungskommission OAK im Erzbistum Köln ihre Tätigkeit vorerst niedergelegt. Die Kommission sehe sich bis zur personellen Vervollständigung des Gremiums Außerstande weiterzuarbeiten, teilte sie am Freitag in Köln mit. Bereits Anfang der Woche hatten zwei Mitglieder des Expertenrates ihre Rücktritt erklärt, unter ihnen auch der Staatsrechtler Stefan Rixen, der bisheriger Vorsitzender des Expertenrates. Die übrigen Mitglieder der Kommission sahen sich aufgrund der Rücktritte nicht länger imstande, die Arbeit der OAK fortzusetzen, hieß es laut Mitteilung. Das Gremium war zur Aufarbeitung von sexualierter Gewalt im Erzbistum Köln eingesetzt worden.